Ja, hallo. Gehört der Herr in Schwarz zum Programm? Und ob er ist Programm. Ein Menschenkenner ohne Worte, obwohl er sechs Sprachen beherrscht. Nach 13 Jahren in Amerika, beim größten Zirkus der Welt, ist er nun zurück in Good Old Europe. David Larible. Musik 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 Applaus 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 Ja, ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Du bist du! Ich bin! Ich bin! Die Geschichte ist... ... ist endig! Ich bin! Eine kurze Einführung in die komische Oper. David Larible, Gewinner des goldenen Clowns 1999 und ab sofort die große Lachnummer im Zirkus Roncalli.